Zeigen Sie immer das Unwesentliche, das Uneigentliche, das Unwichtige. Das andere Wichtige passiert verborgen. Sie lenken die Aufmerksamkeit zur richtigen Zeit an den falschen Ort. Das ist schon alles. Eigentlich, es geht um Angst. Es geht um die Angst, einen Moment innezuhalten und ernsthaft drauf zu gucken, was eigentlich los ist. Es geht um die Angst, ohne künstliche Adrenalinzufuhr vielleicht gar nichts mehr zu spüren, aus einer grundsätzlichen Einsamkeit in einer absurden Welt ein beliebiges Stück Existenz zu sein. Und das ist die Hölle. Genauso sieht die Hölle aus. Man liegt in seinem Sarg und kann nicht raus und die Seele kann sich nicht darauf konzentrieren, den Körper zu verlassen, weil Radio Energy läuft. Meine Damen und Herren, befreien Sie sich von dem Zwang zu leben, wie Sie wollen. Und genießen Sie die Freiheit zu leben, wie Sie müssen.